Ich studiere nachhaltiges Wirtschaften im Masterstudiengang an der Uni Kassel. Ich beobachte, wie wir als Gesellschaft auf Kosten von Umwelt und zukünftigen Generationen handeln. Deshalb sind mir Klimapolitik und eine ressourcenschonende Ökonomie wichtig. Ich will etwas bewegen, Veränderungen anstoßen und meinen Beitrag zum nachhaltigen Transformationsprozess in Wirtschaft und Gesellschaft leisten. Der Studiengang kann nach vier Semestern abgeschlossen werden und bietet mir viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, auch außerhalb der klassischen Wirtschaftswissenschaften. So kann ich genau das wählen, was mir liebt und Spaß macht. Ich wähle zwischen einem volkswirtschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Hauptschwerpunkt und ergänze ihn um einen Nebenschwerpunkt. Im Nebenschwerpunkt stehen mir Kurse aus den fünf Bereichen Politik, Stadt- und Landschaftsplanung, Land- und Ernährungswirtschaft, Energie- und Umwelttechnik oder Mensch-Umweltsysteme offen. Das Studium an der Uni Kassel ist top strukturiert und durch das hohe Beratungsangebot bekommt man alle seine Fragen immer schnell beantwortet. AbsolventInnen haben nach ihrem Abschluss sehr gute Jobaussichten. Insbesondere Unternehmen ist es immer wichtiger, sich dem Nachhaltigkeitsthema anzunehmen. Außerdem gibt es viele Jobmöglichkeiten in der Beratung und Zertifizierung sowie in den Bereichen Politik, Verwaltung und Forschung. Wenn man einen besonders guten Abschluss gemacht hat, kann man außerdem in den höheren Dienst einsteigen und eine Promotion anstreben. Der Studiengang Nachhaltiges Wirtschaften ist deutschlandweit einzigartig und er trifft wirklich den Nerv der Zeit. Wir wollen den Wandel zu mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschaft und in der Gesellschaft aktiv vorantreiben. Die Studierenden in diesem Studiengang sind hoch engagiert und sie wollen zu diesem Wandel beitragen und ihn mitgestalten. Unser Ziel ist es, ihnen ein Instrumentarium an die Hand zu geben, damit sie die Ursache von Problemen besser verstehen und auf dieser Basis Lösungen erarbeiten können. Das Besondere an diesem Studiengang ist die Interdisziplinarität und damit verbunden die Wahlfreiheit für die Studierenden. Von den insgesamt zehn Fachbereichen an der Universität Kassel sind sieben in den Studiengang eingebunden. Die Studierenden wählen zunächst einen wirtschaftswissenschaftlichen Hauptschwerpunkt und kombinieren diesen mit einem Nebenschwerpunkt aus einem der anderen Fachbereiche. Damit können sie sich ein für sie passendes Profil bilden und zeitgleich sind sie breit aufgestellt und gut gerüstet für die Aufgaben, die auf sie warten. In den Lehrveranstaltungen verwenden wir die neuesten Forschungs- und Lernmethoden. Und die Themen sind natürlich hochaktuell. Wenn zum Beispiel am Ende des Jahres die Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen stattfinden, dann diskutieren wir zeitgleich in der Vorlesung über die Fortschritte in den Verhandlungen und was sie bedeuten. Eine weitere Stärke ist, dass wir intensiven Kontakt pflegen zur Wirtschaft und zur Politik. Dieser Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis ist sehr wichtig für unsere Studierenden. Wenn wir ihr Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns, Sie in Kassel begrüßen zu dürfen.